Hallo, 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 hier ist wieder ein neuer Sportvlog aus meinem Trainingskeller. Ich werde heute wieder einige Übungen hier im Keller bei mir zu Hause vollführen und jeder kann sie nachmachen. Vielleicht nicht alle, ohne Geräte, aber manche sind dabei, die kann man einfach so nachmachen. Also, nachmachen, nach dem Intro geht's los. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.